Das Kraftklub ABC in 20 Sekunden. Heute B wie Bandoutfit. Seit es uns gibt, tragen wir immer die gleichen Klamotten. Das war der Plan von Anfang an, dass wir alle eine Uniform tragen. Das sind zum Beispiel die roten Hosenträger, graue Hosen, weißes Polohemd. Das gehört zu unserer Arbeitsklamotte, unserem Bühnenoutfit. Besser lesen und schreiben. Hier ist deine Chance. iChance Ruf an kostenlos unter 0800 53 33 44 55 iChance